Hey Freunde, kurz vor 5, kurz vor wie du meine Freunde, Honda packt bei Otzgart aus, die ganze Wahrheit man, dass sie einen Vertrag von Pumpkin Manking hatte, wo es die ganze Zeit darum ging, dass sie irgendwie zum Team gehört, aber Pumpkin Manking hat ihr kaum beteiligt man an den Videos und so und hat sie teilweise irgendwie nicht mal richtig bezahlt man, Pumpkin was ist da los bei dir, wenn man ein Team hat, bezahlt man die Leute auch anständig, das ist voll ehrenlos von dir, also die Straßenvideos fand ich immer mal ganz lustig, aber wenn man so in den Hintergrund wird, bezahlt auch dein Team, richtig man, richtig ehrenlos, was Honda da erzählt man, 8 Monate musste sie von so einem Hungerlohn leben, was soll denn das, hab mal Respekt davor, sie hat durch die Videos, durch ihr Rat hast du Klicks gemacht, auch noch so undankbar sein, sowas feiere ich überhaupt nicht man, mein Respekt an Honda, mach dein eigenes Ding, zieh durch und das wird schon, also mein Gott Pumpkin, ich bin enttäuscht man, du hast den Respekt vom Boss verloren, okay meine Freunde, es warst wieder von nur einem Boss, aber dann gleich nicht vergessen meine Freunde und bis zum nächsten Mal meine Freunde